Guten Abend, das ist Deutsche Weltweit. Ich bin Marta und meine Kolleginnen sind Paula. Guten Abend. Und Karne. Guten Abend. Im heutigen Programm reden wir über die Stadtmantike. Wir reden Ihnen in Ihrer Rede über die Unterschrift, die Besichtigungplätze, die Familienangebote. Außerdem empfehlen wir die perfekte Reise für Diete und der Wunsch. Familie, Freunde, Wachtfahrt usw. Karne, die bei der Tourismusabteilung nach weiter, spricht über die Hotels in dieser wunderbaren Stadt. Guten Abend. Mein Name ist Karne und ich helfe Touristen bei der Suche nach einem Untergrund in Manchester. Erstens spreche ich über die wenigsten Hotels. Suchen Sie eine preiswertereise, hören Sie auf unserem Bett. Das Ibis-Hotel liegt in dem Stadtzentrum. Es bietet 123 Zimmer an. Es ist sehr gut, aber sehr, sehr billig, aber sehr gut. Und wie ist es, wenn Behinderte werden in diesem Hotel wollen? Oh ja, das ist kein Problem. Das Hotel hat fünf behinderte, freundliche Zimmer, Aufzug und leichter Zugang an physische und gemütliche Mobilität. Zweitens finden wir das Traveler Hotel. Wenn Sie hohe Komfort und Internetwesen brauchen, dieses ist das Ideal eines Hotels. Das Hotel behält zwei Schwimmbads, TV und Radio. Ja, aber ist das Traveler Hotel geeignet für nicht sauber? Ja klar, natürlich. Das Hotel hat 30 nicht draußen Zimmer und all das besonders preiswert. Da lag Ihr Sparschwein. Und wie ist es, wenn ich Komfort oder erste Qualität Prozess brauche? Sie können im Midlands Hotel bleiben. Dieses Hotel liegt gegenüber Manchester Bibliothek. Viele Beruhmtheiten haben in dieses Hotel geblieben. Zum Beispiel Bibliothek. Es hat die modernste Medien, Sauna, Wellnessbereich und Webdienst. Aber Sie haben nicht nach Manchester gefahren, um die ganze Zeit im Hotel zu bleiben. Welche Plätze können wir besichtigen? Warta, Ihnen erzähle. Ja, das ist ein Reiseführer im Manchester Zentrum. Ich spreche hier über die besichtigen Plätze. Die wichtigsten Plätze, die alle besichtigen sollen sind, das Rathaus in Adbell Square, das ein Neugottes Gebäude ist. Auf Zerden gibt es zwei wichtige Bibliotheken, der Central Library und John Reiner Slayer. In diesen drei Plätzen lernen Sie mehr über die Stadt. Oh, das klingt gut. Aber können Sie etwas für kundlich haben, empfehlen? Ja, klar. Manche verkaufen einen schönen Gottesdorn. Aus Zerden können Sie eine Zweikunskategie besuchen. Dort finden Sie viele viktorianische Gemeindes. Oh, das ist eine gute Idee. Und viele Leute fliegen nach Manchester, weil sie Fußballfans sehen. Also, was gibt es für Sie? Natürlich, Manchester is the game. Das ist das wie Sie. Sie kennen die zwei Stadien und die uns in der Fußballbesitzung besuchen. Also, Fußball ist wiedervergaben. Es gibt tolle Angebote für einige Leute. Aber wenn Sie viele Freizeit haben und Sie machten mehr als was haben, gibt es Paula in die neue Welt. Guten Abend, ich bin Paula und ich arbeite als Direktorin im Freizeitzentrum von Manchester. Und in dieser Stadt können Sie viele Aktivitäten machen, wenn Sie viele Tage bleiben wollen. Sie können ein Theaterstück sehen und schwitzen einen von den drei Theaters wählen. Das Home-Theater, das Palace-Theater und das Royal Streams-Theater. Aber was können Leute diesen Monat im Theater sehen? Ah, gute Frage. Diesen Monat können Sie ein Stück für jeden den Geschmack sehen, weil Mary Poppins im Palästheater ist. Und außerdem gibt es anderes interaktives Stück, nur für riskante Leute im Home-Theater. Oh, sehr gut. Welche Aktivitäten können die Touristen machen? Also für meine Freunde gibt es viele Parks, nahe bei dem Stadtzentrum und also den großen Park in Europa, der Hitton Park. Es ist 30 Minuten vom Mainzester. Und hier können Kinder spielen, Familienpiknicken oder auf ein Verb aufsteigen. Oh, eine Frage. Wohin können die Dschungel auch gehen? Oh, das ist sehr interessant. So, im Mainzester gibt es ein Viertel. Es heißt 9 Quartel. Wohin mit modernen Parks. Ja, aber es ist sehr teuer. Es ist nicht zu teuer, aber gibt es andere billige Parks, nahe des Palace-Theaters. Und dort gibt es auch einen Konzertraum, um Musik zu hören. Und außerdem, wenn Sie lieber im Disco gehen, können Sie nach Factory gehen und viele internationale Leute können gehen. Andere Frage, wo können wir Souvenirs kaufen? Ah, alle Touristen wollen immer ein Souvenir für ihre Familie oder ihre Freunde kaufen. Also im Mainzester gibt es noch mehr Einkaufszentren im Zentrum und auch im Außengesicht. Und wenn Sie etwas einzig oder fremde kaufen wollen, müssen Sie nach Aflex gehen. Also kurz gesagt, ist Manzester eine perfekte Stadt zu besuchen, weil es viele Möglichkeiten bitte. Ich empfehle Ihnen in einem preiswerten Hotel bleiben und die Zeit nutzen. Ja, das ist alles. Wir hoffen, dass Sie unsere Leute befolgen und wir sagen Sie wieder nachzubauen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.